Gut, dann willkommen zu Payday 2 mit Ben & Copa bei einem Klassiker-Heiß, heißes Pflaster. Das war's nochmal. Ein Heiß, augenscheinlich. Ich weiß schon, worum es geht. Ihr werdet ihn wohl später wiedererkennen. Aber ja, ist halt Heat Street auch in Payday 1. Doch, weil das hier scheiß. Ja, war ein ziemlich nerfiger, glaube ich, wenn ich mich erinnern kann. Aber es war, glaube ich, noch einer der wenigen, die wir noch auf einfach spielen durften in Payday 1. Das war der zweite Heiß, den wir auf einfach gespielt haben. Genau. Na gut, dann let's go. Jawohl. Und ich lebe mich halt ein bisschen zurück, weil ich verspannter bin, als sonst wäre unschön. Guck mal, Dallas kommt nicht aus Texas, der stammt aus Chicago. Das war ein geiler Faktor. Geil. Okay, Guys, remember who you're dealing with here. Rock is a smelly fish. There's bound to be more sides to this than what he's telling you. Keep your eyes peeled. All right. Hm, ist halt interessant, ne? Lock war ja in Payday 1, ne? Kein Charakter, deswegen ist interessant, dass sie in diesen Klassiker-Fall verbinden. Oder einbinden sind. Hm. Na gut. Dann, das geht doch da, du hast das, deine Haut, das gleiche ab am Anfang, oder? Ja. Ja. Guck mal, ist müde, nice. Aber ich musste gerade echt das Lachen verkneifen, ey. Oh, das war schön. Das war aber jetzt ja Panisch. Das ist geil. Ja, Judo hat an mir geredet. Ist so gerade fett, das Ding, okay. Okay. Ich muss sehen, jetzt ist der, der uns halt verarscht. So, und jetzt müssen wir ihn die ganze Zeit verfolgen über die Straßen. Ah, das Ding, ja. Okay, Alter, das Mikrofon ist auch so. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Okay. Machst du hier, Roger. Ah, okay. Okay, man kann hier den Kofferraum auch öffnen und dann... Ja, okay. Nein, jetzt war irgendwie irgendwas drin, aber hier ist nichts. Da kann was drin sein, soweit ich weiß. Es ist nur ARNG. Ah, okay. Ne, ist auch die Mission, wo ich den Moment hatte mit Daniel, pass auf, dann hab ich auch direkt ihn in den Zielisten getötet. Ja, stimmt. Und hier sind wir nicht mehr durchgekommen und so ein PDR 1... Ja, stimmt. Das ist ja basically Capception hier. Genau. Genau hier an dieser Stelle war es, wo ich den Zivilisten getötet hab. Warte mal, ich muss hier kurz was machen. So, ich muss kurz den Zivilisten töten. Ich war alte Zeiten wehnen. Mhm, natürlich. Oh Gott, da leckt sich ein Bullen aus der Gegend. Und hier leckt sich ein Mega-Zivilisten. Ja, ich bin der Dieter Host, deswegen leckt er mir gar nicht. Ah, das geht wieder los, es läuft wieder Zivilisten durch mein Bild. Die Mission ist dafür wohl predestiniert. Ja, natürlich. Aua, aua. Nicht nachladen, nach dem Zeitpunkt. Ah, meinst du, der Campolino wie Chasing ist ja again? Das ist vielleicht so ne... Quasi dieselbe Mission aber nur ein paar Jahre später oder so. Ja, nochmal. Du mein Gesicht! Na, ok, ich merk, ich bin ein bisschen zu schnell für euch. Na, ich bin noch bei dir heute ganz. Ah, daneben für Bernie. Ja, nur das Problem ist, dass ich keine Muni hatte und bis sie schnell gewechselt hab. Deswegen hab ich ein bisschen auf die Schnauze gekommen. Aua. Ne, das soll ich wohl bald verarzt. Aber wie gesagt, also im Moment, wir drängen auch schon drüber nach. Aber halt, diese sehr, äh, sehr schwierig muss alle nachladen. Da wird zu einfach. Wechseln, weiterlaufen. Na ja, wir machen jetzt das Benzin, um wieder rauszuburnen. Burnen. Jetzt ist der Transporter entbrannt. Aha. Na da, ich hab einen Kanister gefunden. Ach, Munitionsstand. Ich hab einen Muni gefunden, praktisch. Ja, das sind die ganzen Perks, die gekauft wurden oder die so da waren. Ich hab einen, 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 ich hab einen. So, Bernie muss nicht, er ist später Mann. Die können euch hier bei einer Arzttasche heilen oder so. Okay, warum dippt Bernie das Feuer? Weil, weil jetzt nichts gehört. Naja. Ah, mhm. Ist klar, Allah. Bringt ihr jetzt nicht auf eine Lösung? Ich möchte meine Genitalien bitte unverbrannt haben. Das ist ja auch eine radikale Rasur, sag mal so. Ich merke hier nichts von einem irgendwie Ansturm hier. Ah, die Irony. Bei der 1 müssen wir auf Einfachstellen überhaupt eine Chance haben. Hier bei der 2 ist es sehr schwer, es ist zu einfach. Oh wow. Erstmal einen Headshot geben, nice. GG, Alter. Warte mal, da war doch noch einer. Wo ist er? Hä? Da kamen die Schüsse eher. Hä? Von wo? Ach, okay. Wir sind egal, Leute, ne? Also, wahrscheinlich auch sind... Verwinkelzügel. Was? Granate. Feier in dem Gerät. Feier in dem Wasser. Ah! 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 Wenn wir hier einfach so ne Tür nicht aufkriegen, bleibt mir auch. Aber egal. Schau drinnen. Ich hab ja gesagt, ich wurde gefeiert. Ja, ich weiß. Ich bin ja angekommen zu töten. Das ich auch getan habe. What did it cost? Nothing. Was? Was ist fertig? Ich hab ne Geisel. Wir haben immer noch irgendwo ne Geisel. Und ich... Ich hab nicht mehr die hier. Ich hab nicht mehr die hier. Ich hab' die Ambulance. gehen und ein paar Leute holen zur Entstützung. Kneel bevor der Duke! Kneel bevor der Duke! Ah, Escort Mission, I love it! Hm... Ich hab ja auch immer lustig, wie die Sommelinkspay D1 war denn echt eine einzige Escort Mission. Sehr viele Male, das ist wahr. So... Da füllen hier mal meine Granaden auf, so... Oh... Run! Ja, diesmal hat er nicht mal den Kopf ab, weil sich... Wo läuft der hin? What the hell? Läuft nicht hier! Wechseln, wechseln, oder? Wechseln, wechseln, oder? Oh... Da war... Wechseln! 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 I've got a helicopter coming in to pick you up! I believe you're acquainted with the pilot! Das ist der Unterschied. Diesmal haben wir in der neue Klasse kommen, ist so ein Lock drin, was halt echt... interesting ist. Hm... So, das finde ich auch komisch. Okay, jetzt filmen wir irgendwie die Freeze. Lopper, what? Okay... Steigt ein Wett auf den Bügel. Ja, wir müssen ja ganz weit nach oben... Lauf, du Arschloch! Ja, dann lauf! Hier war noch vorne und krieg schon mal ein bisschen was vor. Echt? Ja, wer die Gänse mitlaufen? Ich schrei die Typen, sie so lange an. Ich steck ihn an. Äh... Das ist nicht der Plan, aber gut. Los, schneller! Hey, Houston! Komm! Follow me! Komm! Move it! Run! Drop your gun! Down! On the ground! Get down! Now! Let's go! On your feet! Da können wir inzwischen reingehen. Hm, interessant. Dann kann man hier raus, verstehe. Okay. Los, schneller! Move it! Run! Loser! Buy it! Ups! Ach, keiner. Die wurde wohl hingerichtet, der die Arme! Seide, dass wir nicht aus. Das stimmt, in dieser Gang war ja unendlich lang, einfach. Es geht her. Komm mit mir! Komm mit! Komm mit! Stay down! Go up! Let's go! Move it! Stay still! Do easy! No, to good. Bin ehrlich, es ist irgendwie ganz gut, dass ich die Eskort-Mission etwas runtergenommen habe. Hey, der Weg ist eigentlich der gleiche. Nur halt, dass wir halt uns nicht durch... Siehst du, guck mal, wie frei die Straße hier ist, ne? Ja, ich meinte aber in dem Spiel. Das ist auch gelogen mit dem Grund. Hm, der bewegt dich nicht mehr. Gut, der. Wann will ich? Aha. Solange es sich bei mir bewegt, Bernie, ist alles gut. Beweg dich! Der ist bei uns schon, Bernie. Okay. Ja. Bei mir steht er noch unten, Berg. Ah. Zugezählt, dass nicht was bei dir ist. Los, lauf! Danke. Okay. Der ist bei mir? Na, Kopa? Oder ist der bei dir auch schon weiter? Nein, nein, der ist bei dir. Okay, dann passt er uns nicht. Ich stehe halt ein bisschen voraus, wie vorher. Schön, dass der Typ halt hart verbrannt ist und so. Los, lauf, du Arschloch. Ja, wir wundert's, ne? Alter, lauf, du Wichser! Mann, ey. Steh auf, du Wichs. Ja, du musst halt... Warte mal, ich komme mal zurück zu dir. Sagen wir da Cops in der Nähe sind, stehen die eigentlich auch. Ja. Naaah. Come on, get up! Ich habe jetzt schon gekriegt, dass ich wieder... Ja, ich habe gedacht, das stand halt nur ein einziger Kopf und der wird auch das eigentlich das Problem sein. Anscheinend schon. Watchers have long defined the ability to keep, unfinitely accurate timer. Drop it now! Move it, come on! Come on, move! Follow me, pull! Run, dammit! Watch the Chaser! I got the point! Let's go faster! Digga, wie er noch hinfällt, der Lappen. Oh Gott, ist der Bulldozer hinter uns! Oh, aber wo? Hinter uns? Wo mag das nur sein? Hm. Aber hinter Daniel. Da, wo du bist. Dannibald, wo komplett ein anderes Ding. War er verwirrt? Ich habe gedacht, der wäre bei uns beiden gewesen. Na gut. I was wrong. knies. Der Bulldozer sagt mir ein bisschen wehgetan, sagt mal so. Ach, ich glaube, half sitzt da. Sehr schön. Das ist dein Bulldozer Wie gesagt, wenn man hier auf den Kopf gegen den Baller diesen Bulldozer irgendwie auch die Schreckigkeit kann von ihm Die Ammonition lehrt Keine Ammon-Probleme Ah, ich sehe, Monibag Die Area sieht ziemlich pop-free aus, wenn ich das sagen muss Ja, da sind wir Durchschnitt Pudi Dann Da kommt er Da müssen die Güten noch bewegen Ja Hey Tiro, folge mich hier! Das hat eine Stunde gedauert Ja Jetzt war die super schnell Das gibt es nicht Wir müssen eigentlich die Schwierigkeit hochschrauben Indeed Das ist viel zu einfach Auch gut, ne? Würde sagen Solide 16,5 Minuten Man sieht, was beim nächsten Mal passiert Buh-bye 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 Buh-bye